hallo schön dass wieder eingeschalten habt wie versprochen beim letzten mal geht es jetzt um diese geschirren das heißt der unterschied zwischen den wie heißen die dinge safety safety first safety geschirren die meiner meinung nach er fällt sicherweise bezeichnet werden und die sogenannten fast geschirren die meiner meinung nach richtig als zugeschirren bezeichnet werden hier so begänzt die besagte scharfe die ich im letzten video angesprochen habe die man auch mit diesem knoten einfach lösen und da kann man das ganze verkürzen oder verlängern die schlaufe damit praktisch der hund nicht in die neckleine läuft beim ziehen so jetzt zum eigentlichen jetzt gehen wir mal vom richtigen zugeschirr aus dass er auch die vergleiche habe das ist wie schon gesagt das fast geschirr die ein oder anderen kennt das hier ist der kopf des hundes jetzt nehmen wir mal pfiffi der hat sich mal wieder bereit erklärt das ganze sieht ungefähr dann so aus das ist jetzt ein bisschen zu groß logischerweise pfiffi und so sieht das dann aus und hier sieht man ganz einfach wenn hier zug drauf kommt weil unser hund möchte er ziehen verlaufen verläuft die kraft beziehungsweise die last gleichmäßig links und rechts an den seiten des hundes lang und hier hat man ungefähr die anbindung auf der anderen seite logischerweise auch und das eigentliche der eigentliche druck auf den körper des hundes ist direkt hier in der in der vorderen auf dem vorderen teil ausgeprägt so ungefähr ein bisschen ihr wisst schon das heißt mit dieser auflagefläche und diesen um diesen um die im halster rum mit der schulter praktisch können die hunde super ziehen auf der brust liegt noch ein bisschen was und das wird gleichmäßig nach links und rechts nach hinten verteilt und geht dann praktisch wieder gebündelt hinten drauf indem dann die die tagleine angeschlossen oder dran geklickt wird da können die meisten sagen okay das vordere teil sieht aus wie dieses besagt safety geschirm sieht eigentlich habt ihr eigentlich recht es ist wie als ob man das safety oder ob man praktisch angefangen hätte in phase zu basteln und irgendwann mal keine lust hatte mehr und damit ist dasselbe also im grunde genommen schon hier vorne hat man wieder diesen ring ist nehmen wir mal pfiffi wieder vorn kommt der kopf mit der brust wird gezogen allerdings ist hier die anbindung geht links und rechts nicht nach hinten durch sondern die anbindung ist ja von hier oben drauf sorry also sehr sehr einseitig und wenn ich jetzt hier zug drauf bringe merkte ganz einfach verschiebt das ganze das zieht hinter und praktisch so verschiebt sich das ganze geschirr und der hund kriegt direkt hier im heizbereich immer die ganze zeit diesen druck drauf und das sollte meinung meinung nach nicht sein das ist eine super alternative für spazieren gehen vielleicht wobei wir da auch gern die die zug geschirren nehmen aber aber dann nehmen wir sie gern mal die auto fürs anschnallen im auto sind die auch super gemacht wenn der hund nicht permanent ziehen muss oder will aber für das permanente ziehen ist das zugeschirr um einiges besser geeignet weil sich die kraft um einiges besser verteilt die idee von vielen war ganz einfach dadurch dass die anbindung oben ist habe ich dann einfacher zum fahrrad hoch der weg ist nicht mehr ganz so lang aber das täuscht weil ob ich das nur hier hinten dran mache und ich gehe zum fahrrad hoch oder von dran mache und geht zum fahrrad hoch das ist kopfe gesprungen hier ist die führung um einiges angenehmer für den hund also als sicher ist weil wie schon gesagt die höhe ist ungefähr das gleiche bloß dass es mal so als solches mal betrachtet ein tipp für die für die safety geschirren wir haben die erfahrung gemacht dass die eine komische größen angabe haben da gibt es zwischen größen da müsst ihr wirklich mal ganz genau messen euren hund wenn er mal so eins benötigt dass auch die richtige größe habt in den gängigen größen sml zum beispiel da gibt es noch zwischen größen wir bleiben jetzt mal bei sml haben wir die erfahrung gemacht unsere rüden haben hauptsächlich eine l bei den faster geschirren und eine m bei den safety geschirren die mädels haben eine m bei den faster geschirren und eine s bei den safety geschirren also das ist eine ganze größe kleiner kann man das nehmen nur so als als richtwert bitte jetzt nicht gleich für bare münze nehmen sondern messt wirklich nach dass ihr auch das richtige geschirr für einen hund habt jeder fällt anders aus aber das sind jetzt ist so mal ganz allgemein ausgedrückt so die gängigen erfahrungswerte ich denke ich habe alles kannst du vielleicht noch mal darauf eingehen weil mich hat jetzt mal eine ausgelacht im internet dass wir zum spazierengehen die faster nehmen dass man es wirklich zum spazierengehen super verwenden kann du hast es jetzt nur ganz kurz eingeflochten um wie ausgelacht na da hat einer gefragt welche geschirre sind denn für kanikross geeignet habe ich gesagt die fast ist echt gut und da hat die sagte fast das ist was für zugarbeit am gespannt und dann nicht fürs laufen was wissen damit dem fast geschirr also für diejenigen die generell zugarbeit machen da reicht eigentlich das fast in dem sinn aus da könnte auch mit den spazieren gehen wenn man unbedingt an die leine nehmen möchte geht genauso diejenigen die bei uns events gemacht haben unsere kompletten wanderung hast die wanderung die laufen alle mit diesen zug geschirren wir haben gar nicht diese diese kurz diese selbst die geschirre da wir haben sie eigentlich nur mal aus unwissenheit einmal gekauft und zum anderen weil man die hunde im auto besser anschneiden kann weil da ist es wirklich nicht geeignet weil die wege einfach zu lang sind da ist wirklich kompakt hinten festgemacht und dann dann klappt es um einiges besser genau das ist das eine wenn er da fragen habt schreibt uns die mail schaut bei uns auf der page vorbei da könnt ihr die dinge auch bestellen und dann seid ihr ausreichend ausgerüstet so jetzt habe ich den ganzen schmus ich bedanke mich für eure aufmerksamkeit obwohl ich gar nicht weiß ob überhaupt aufmerksam war aber ihr könnt sich nochmal anschauen in dem sinne wünsche ich alles gute bis später ciao ich habe noch an das machen wir nicht bis später tschaui und fertig es gibt auch ein rosa